Die Church of Ireland ist eine Mitgliedskirche der anglikanischen Gemeinschaft. Sie zählt etwa 390.000 Gläubige, also wesentlich weniger als die katholische Kirche in Irland, von denen rund zwei Drittel in Nordirland leben. Organisation Die Kirche umfasst zwei Kirchenprovinzen. Die erste ist die anglikanische Kirchenprovinz Hamak, welche auch der Sitz des anglikanischen Primas von ganz Irland ist mit den Diözesen. Die höchste Instanz ist die Generalsynode, die der repräsentative Church Body als ständiges Organ unterhält. Dieser gehören die zwölf Bischöfe dieser Kirche, zwölf vom Klerus gewählte Mitglieder, 24 durch die Diözesen gewählte Laienvertreter und zwölf vom RCB berufene Mitglieder an. Geschichte Im Jahre 1536 brach König Heinrich VIII. von England mit dem Papsttum und daher mit der katholischen Kirche. Da Heinrich sich 1541 auch als König von Irland krönen ließ, gehörte Irland ab dieser Zeit per Personalunion auch formal zu England. Als Schwesterkirche der neu gegründeten Church of England entstand unter seinen Nachfolgern die Church of Ireland. In den folgenden Jahrzehnten gingen sämtliche Kirchen und Kathedralen Irlands in ihren Besitz über. Zudem wurde eine Vielzahl von Klöstern geschleift. Von der nun einsetzenden politischen, sozialen und kulturellen Dominanz der Protestanten in Irland profitierte die Church of Ireland in hohem Maße. Insbesondere nach Erlass der Strafgesetze gegen die katholische Kirche und die protestantischen Freikirchen in den 1690er Jahren wurde die Church of Ireland beinahe zur einzigen Kirche in Irland, die uneingeschränkt arbeiten und bauen konnte. Da diese Strafgesetze auch in England und Wales galten, entsprach ihre Stellung damit etwa der Church of England dort. In Folge der Union von 1800 zwischen Großbritannien und Irland kam es vorübergehend auch zur Vereinigung der beiden Staatskirchen. Als mittelbare Folge der katholischen Emanzipation wurde die bis dahin herausragende Stellung der Church of Ireland aufgeweicht. Diese wurde mit dem Irish Church Act 1869 aus dem Ita der Church of England herausgenommen. Das Gesetz trat am 1. Januar 1871 in Kraft. Gleichzeitig verlor sie ihren offiziellen Status als Staatskirche. Abgeschafft wurde die bisherige Finanzierung der Kirche durch Abgabe von Zehnten, die alle Bürger Irlands betraf. Es mussten vormals auch Katholiken und Mitglieder von Freikirchen den Zehnten an die anglikanische Church of Ireland entrichten. Die Irish Church sandte ab da auch keine Mitglieder mehr zum House of Lords. Die im Jahre 1922 erfolgte Teilung der Insel Irland in die Republik Irland und das weiterhin mit Großbritannien staatsrechtlich verbundene Nordirland hatte auf die Church of Ireland in organisatorischer Hinsicht keinen direkten Einfluss. Sie ist nach wie vor für ganz Irland zuständig. Anglikanische Church of Ireland heute Die Church of Ireland ist Mitglied der Porvo-Gemeinschaft und hat mit diesen Kirchen volle Kirchengemeinschaft vereinbart. Als eine der ersten anglikanischen Kirchen erlaubte sie 1991 die Frauenordination. Aufgrund ihrer jahrhundertelangen dominanten Stellung in Irland gehören in vielen irischen Städten die größten und imposantesten vor 1800 gebauten Kirchen und Kathedralen noch heute der Church of Ireland, während die katholische Kirche im 19. Jahrhundert neue Bauten errichtete. Wegen des relativ geringen Anteils von Anglikanern an der Gesamtbevölkerung sind diese eigentlich zu großen Kirchen bei Gottesdiensten selten gut gefüllt. Ferner muss von Touristen ein Eintrittsgeld verlangt werden, um zu den Unterhaltskosten beizutragen. Anfang Oktober 2010 kündigte der Erzbischof von Dublin und Bischof von Glendelough Jean-Neal zugleich Primas von Irland seinen Rücktritt zu Ende Januar 2011 an. Neuer Erzbischof von Dublin wurde Mackel Jackson. Im September 2013 wurde mit Pat Storay der neuen Leiterin der Diözese Methan Kildare. Erstmals in der Geschichte der Church of Ireland eine Frau in ein Bischofsamt gewählt. Siehe auch Anglikanische Kathedralen in der Republik Irland Anglikanische Kathedralen in Nordirland Primtes der Church of Irland Religion in Nordirland Religion in Irland www.rann.net Siehe auch Gitarren